Herzlich Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, falls ihr das jetzt möglichst bald hört und merkt, ah Moment, am Montag, den 26. August, wollt ihr, wie sagt ihr, doch eigentlich einen Podcast hochladen? Wir haben aber nicht Montag, den 26., sondern ich nehme das gerade am 28. August auf, also Mittwoch, jetzt wo ich es auch hochlade, also quasi instant, bevor ich es hochlade. Das ist also fast eine Live-Folge, die ihr jetzt hier hört, falls ihr das sogar noch heute Abend hört. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Start in den Tag, eine wunderschöne Mittagspause und einen schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge jetzt hört. Die Folge kommt jetzt komplett aus dem Impuls heraus. Ich hatte erst überlegt, ob ich diese Woche gar keine Folge mehr mache, was auch okay gewesen wäre, denn ja, ich habe ja gesagt, im August, ich mache keine ganz krasse Sommerpause, dass ich irgendwie sechs, acht Wochen gar nichts hochlade, aber ich brauche natürlich auch ein bisschen Ruhe. Und ja, die letzte Woche war bei mir so ein bisschen wild und dementsprechend habe ich nichts hochgeladen am Montag. Und ich trotte gerade so ein bisschen um das Thema herum, warum ich jetzt auch diese Folge aufnehme, denn ich möchte mich nicht entschuldigen dafür, denn das ist mein Podcast. Und ich lade hier dann Content hoch, Podcast-Folgen hoch, wenn es für mich passt, wenn ich die Kapazität habe, wenn ich die Energie habe, wenn ich die Zeit habe. Und wenn ich die mal nicht habe, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich mich bei niemandem dafür entschuldigen. Ich habe aber das Bedürfnis, das zu tun. Und das habe ich auch in diesen Folgen schon öfter gemacht, wenn ich mal eine Folge eine Woche nicht hochgeladen habe oder verspätet, dass ich mich dann erst mal am Anfang der Folge quasi entschuldige, dass die Folge so spät kommt oder dass ich eine Folge ausgelassen habe. Und ich möchte heute über genau dieses Thema sprechen und auch direkt zu Beginn zwei Buchempfehlungen dazu rausballern, weil ich das gerade jetzt, also weil ich mich jetzt auch im Sommer einfach nochmal sehr damit beschäftigt habe, mit dem Thema Schuld, mit dem Thema entschuldigen, mit dem Thema, ja, sich schuldig fühlen für Dinge, für die ich mich überhaupt nicht schuldig fühlen müsste, aber ich es trotzdem tue. Und ich jetzt mal darauf geachtet habe, wie oft ich mich entschuldige in Situationen, wo ich nichts dafür kann, dass es so ist, wie es ist. Und das absolut unterbewusst mache und gar nicht mehr merke. Und die zwei Buchempfehlungen, die ich für euch habe, ich habe also beide, das eine habe ich als Hörbuch gehört, das andere habe ich als Buch auch hier sogar von der Autorin signiert. Das eine Buch ist Sorry Aber von Tara Louise Witwer, von der ich hier auch schon mal das Buch Drama Queen empfohlen habe. Die hat, ja, vor ein paar Monaten das Buch Sorry Aber rausgebracht. Eine Verzichtserklärung an das ständige Entschuldigen, glaube ich. Irgendwie so ist der Untertitel. Ich habe es gerade jetzt nicht vor mir liegen. Und genau, dieses Buch, ich verlinke das, also ich verlinke auch natürlich die Bücher in den Shownotes. Könnt ihr dann direkt mal gucken, ob das was für euch ist. Und das andere Buch, was ich jetzt gerade erst fertig gehört habe, wo ich ein bisschen Zeit gebraucht habe im Sommer für, weil mich das sehr getriggert hat, einige Themen, war Sorry Not Sorry von, jetzt muss ich nochmal gucken, jetzt habe ich gerade den Namen recherchiert. Und weil ich so ein Periodengehirn gerade habe, übrigens ein Grund, warum ich die Folge am Montag nicht hochgeladen habe, Sorry Not Sorry von Annika Landsteiner. Großartiges Buch mit dem Untertitel Überweibliche Scham. Ja, ich kann euch sagen, das ist wirklich, das haut richtig rein. Also da waren echt ein paar Themenbereiche drin, wo ich gemerkt habe, das hat mich total getriggert und nochmal mit Situationen konfrontiert oder mit, ja, einfach mit Themenbereichen konfrontiert, wo ich gedacht habe, oh, aua. Aber absolute Wahrheit. Also ich habe einfach dann der Wahrheit ins Auge geblickt und dachte, scheiße, die haben recht. Also beide Autorinnen nehmen da kein Blatt von Mund, dass gerade, gerade als Frauen, und ich möchte hier nicht ausnehmen, dass es nicht auch bestimmt Männer gibt, denen es so geht, gerade so aus ihrer Prägung, aus der Familie heraus oder eben auch von ihrem Persönlichkeits, von ihrer Persönlichkeitsstruktur. Aber gerade bei Frauen, das so verankert ist, sich für alles zu entschuldigen, wenn man Raum einnimmt, wenn man atmet, wenn man zu laut ist, wenn man zu emotional ist, etc. pp. Also da sind einfach auch sehr, also geht es einfach auch um strukturellen Sexismus, strukturelle Misogynie, internalisierte Misogynie, also Frauenverachtung, die in uns internalisiert ist, wo wir ständig das Gefühl haben, uns entschuldigen zu müssen. Und deswegen habe ich diese Folge jetzt, dachte ich, ich nehme die jetzt noch auf und knall die noch raus, weil ich das auch im musikalischen Kontext sehr, sehr, sehr oft gemacht habe. Da hat das, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel jetzt damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Auch, das hat vor allem was damit zu tun, dass ich sehr, sehr lange dachte, dass ich mich für Fehler entschuldigen muss. Also auch musikalisch. Also wenn ich probe und ich verspiele mich, kriege einen Einsatz nicht, dann entschuldige ich mich. Wo ich mir jetzt einfach mal oder wo ich nicht mal mir die Frage stellen will, sondern wo ich so mal die Frage in den Raum stellen will, ob das notwendig ist. Also nicht mit einer Antwort ja oder nein. Ich will gar nicht sagen, dass es eine absolute Antwort darauf gibt, sondern ich möchte mal diese Frage reinstellen, ob das wirklich notwendig ist, dass man auch unter Profis, also wenn man zum Beispiel im professionellen Ensemble unterwegs ist als Profimusikerin oder Musiker, warum wir uns da entschuldigen, wenn wir uns verspielen, wenn wir einen Fehler machen, wenn wir, wie gesagt, einen Einsatz verpennen oder wenn wir mal zu hoch oder zu tief sind in der Intonation oder wie man einen schlechten Tag haben. Und das erlebe ich sehr, sehr oft, habe sehr, sehr oft erlebt, im Studium auch. Aber jetzt, ich merke das auch noch, dass das zieht natürlich sich auch durch mein Berufsleben, dass ich eben auch im musikalischen Kontexten das Gefühl habe, ich müsste mich entschuldigen, wenn ich einen Fehler mache. So und ich möchte jetzt hier nicht darauf hinaus, dass wir uns gar nicht mehr entschuldigen sollen. Im Gegenteil, wenn ich Scheiße baue, vor allem im sozialen Kontext, wenn ich einer Person zu nahe trete und sie verletze mit einer Aussage von mir und die sagt mir, hey du, das ist das, was du da gesagt hast, das hat mich verletzt, bin ich die letzte Person, die sich da nicht entschuldigt. Im Gegenteil, ich entschuldige mich, ohne mit der Wimpern zu zucken, wenn ich von jemand anderem die Rückmeldung bekomme, dass ich über die Grenze gegangen bin, dass ich einen Fehler gemacht habe, der dieser Person in irgendeiner Form wehgetan hat, dann entschuldige ich mich, ohne mit der Wimpern zu zucken. Und das Ding ist aber nicht, es geht nicht um diese Situation, es geht nicht um die Situation, wo man wirklich Scheiße gebaut hat, sondern ich rede von den 95 Prozent der anderen Situationen, wo ich mich entschuldige und ich gar nicht weiß warum, wo ich mich entschuldige für Scheiße, die anderen passiert ist. Ich könnte da jetzt ein paar Beispiele nennen, kommen vielleicht jetzt auch noch im Laufe der Folge, aber ich glaube, dass alle Menschen, die gerade hier zuhören, wissen, was ich meine. Und zwar geschlechterunabhängig. Also dass man grundsätzlich das kennt, dass man sich vielleicht für Dinge entschuldigt, wo man sich im Nachhinein vielleicht so denkt, hä, da kann ich doch überhaupt nichts für. Also wieso entschuldige ich mich jetzt dafür, dass eine Situation so ist, wie sie ist, obwohl ich dafür gar nichts kann? Oder wir gehen mal den Schritt weiter. Warum entschuldige ich mich dafür, dass ich so bin, wie ich bin? Ich rede nicht davon, dass man Menschen auf die Füße tritt und dass man Menschen irgendwie vorsätzlich verletzt oder böswillig über deren Grenzen drüber marschiert, sondern ich rede davon, dass ich als Frau ganz oft das Gefühl habe, mich entschuldigen zu müssen dafür, wenn ich Raum einnehme. Also wenn ich mir zum Beispiel auch nur den Raum einnehme, der mir zusteht als Mensch, nicht als Frau, sondern als Mensch. Dazu gibt es Studien übrigens. Also die Bücher sind auch sehr, sehr gut gefüttert mit Studien dazu, wie zum Beispiel vor allem Männer das wahrnehmen, wenn wie viel Frauenanteil quasi in deren Gruppe ist, wo ich nur noch den Kopf schütteln kann. Oder dass vor allem Männer, die es halt sehr gewohnt sind. Wie gesagt, ich will nicht, alle Männer sind so. Ich muss das einfach nochmal sagen. Es geht nicht um die Männer. Ich weiß nicht genau, dass ich hier schon wieder Leute träge mit der Aussage, sondern dass vor allem viele Männer, ich auch ganz oft erlebt habe, die total irritiert sind davon, wenn sie den großen Raum, den sie die ganze Zeit hatten, plötzlich teilen in Anführungsstrichen müssen mit einer Frau. Beruflicher Natur, privater Natur, Gesprächsanteil in einer Konversation. An der Stelle mal Hashtag Mansplaining vielleicht schon mal erlebt. Auch Männer, also jüngere Männer, die von älteren Männern gemansplained werden. Das passiert nicht nur Frauen, aber vor allem jungen Frauen. Und mir geht das halt nach wie vor so, dass wenn man mich sieht, also von außen betrachtet, wenn Leute mich sehen, ich bin recht klein, ich bin 1,60m, also von der Größe her und ich sehe jünger aus, als ich bin. Was ja erstmal schön ist, also was ja auch an sich von den meisten Menschen sogar vielleicht eher als Kompliment gemeint ist, wenn sie sagen, man sieht dir das nicht an, dass du 30 Jahre alt bist. Das Ding ist, man sieht es mir halt nicht an, dass ich 30 Jahre alt bin. Bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, es wäre auch egal, wenn sie es mir ansehen würden. Ich wäre für sie eine junge Frau, der sie erklären können, wie das Leben funktioniert und wie sie ihren Job zu machen hat. Oder wie sie bestimmte Dinge zu tun und zu lassen hat. Oder wie bestimmte Zusammenhänge da sind. Also Mansplaining, eine Mischung aus Man und Explaining. Also für die, die sich jetzt gefragt haben, wo dieser Begriff herkommt. Ich hatte schon Situationen, also es ist schon ein bisschen länger her, würde mir heute auch nicht mehr passieren, aber ich hatte schon Situationen, wo ich mich für etwas entschuldigt habe, was nicht mein Fehler war und ich daraufhin eine Moralpredigt von einem älteren Mann bekam. Also ich rede jetzt gar nicht von alt, alt, sondern so von 10, 15, 20 Jahre älter als ich. Eine Moralpredigt bekam, obwohl ich nach wie vor nicht die verantwortliche Person für die Situation war. Das mir im Studium sehr häufig passiert übrigens. Und auch schon in der Schulzeit. Also dieses, ich entschuldige mich für eine Situation, für die ich gar nichts kann, für die ich auch nicht Auslöser bin, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Und dann bekomme ich als junge Frau von einem älteren Mann erklärt, warum das jetzt so ist und wie man das hätte anders machen sollen. Ich bin aber die falsche Adressatin an der Stelle. Also ich bin quasi die falsche Empfängerin, weil ich bin nicht die, die das Problem ausgelöst hat. Beispiel, ganz konkretes Beispiel. Und ich weiß, dass es nicht böse gemeint war, aber das habe ich halt oft erlebt. Wir hatten Ensemble-Probe. Mein Professor, mein ehemaliger Professor, leitet diese Ensemble-Probe. Satzproben bei Orchesterphasen auch immer sehr beliebt. Also dass dann zum Beispiel die Bläsersatzproben von meinem Professor geleitet wurden. Und es kamen Menschen zu spät. So. Ich habe mich da, also ich habe mich schuldig gefühlt. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Weil ich dann dachte, ich hätte die Person nochmal an die Uhrzeit erinnern müssen. Ich weiß, dass jetzt einige Leute hier zuhören und sich schallend kaputt lachen und sich dann denken, what the fuck, Saskia, was war los bei dir? Wie gesagt, würde ich heute nicht mehr machen. Aber ich habe mich verantwortlich gefühlt für meine, ich sage mal, Mitmusizierenden im Ensemble oder für, auch mit meinen Ensembles, mit denen ich so gespielt habe. Trio, Quartett, Quintett und so. Also das waren ja auch unterschiedliche Besetzungen. Dass ich als so ein bisschen Ensemble-Leiterin, obwohl ich das nicht war, ich war einfach eine Studentin in einem Ensemble, nicht nochmal eine Erinnerung rumgeschickt habe. Zum Beispiel. Das heißt, ich saß da und habe mich bei meinem Professor dafür entschuldigt, dass noch nicht alle da sind. So. Das ist nicht einmal passiert. Das ist dutzende Male passiert. Dass meine Kolleginnen und Kollegen, das ist übrigens einer der Gründe, warum Enischmusik entstanden ist, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu, zu spät zu Proben gekommen sind und unsere Professorinnen und Professoren, das war nicht mal mehr nur mein Flütenprof, uns dann eine, ich sag mal, eine Moralpredigt dafür gehalten haben, warum Verlässlichkeit und Pünktlichkeit im Profimusizieren, also vor allem im professionellen Musizieren, sehr, sehr wichtig sind. So. Ihr müsst euch das so vorstellen. Da sitzen Menschen, also junge Menschen, aber erwachsen. Also erwachsene Menschen mit einem etwas älteren erwachsenen Menschen. Die, die da sind, sind ja pünktlich. Und die, die da sind, die pünktlich sind, dürfen sich nun eine fünfminütige Moralpredigt anhören, warum das nicht in Ordnung ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht da sind, also warum das nicht geht, dass die noch nicht da sind. Und ich habe da gesessen und habe mich dafür entschuldigt, auch wortwörtlich wirklich das auch ausgesprochen, aber es tut mir leid, dass das jetzt so ist, dass die Situation jetzt so ist, dass wir noch nicht anfangen können, weil, keine Ahnung, die erste Oboe noch fehlt und whatever it is, ja. Und ich mich verantwortlich gefühlt habe, weil ich nicht nochmal eine Erinnerung rumgeschickt habe. Oder wenn dann zum Beispiel die Räumlichkeiten nicht ganz klar waren, also dass Leute zum Beispiel sagten, ich wusste nicht, in welchen Raum ich muss. Dann gab es Situationen, dass ich mich verantwortlich gefühlt habe. Ich dachte, oh, es tut mir leid, das hätte ich dir nochmal schicken können. Das muss man sich mal reinziehen. Ich war Studentin. Ich war nicht verantwortlich dafür, dass andere Leute ihren Shit geplant haben. Das ist noch vor, lange vor Managed Musik gewesen. Aber ich, nur mal so ein Beispiel zu bringen, was ich meine. Ganz im beruflichen Alltag. Also dieses, ich entschuldige mich für eine Situation, die ich nicht herbeigerufen habe, für die ich auch nicht verantwortlich bin und bekomme dann im Anschluss auch noch eine Moralpredigt zu hören, ein Mansplaining gegen so, warum das so ist und wieso das sein könnte und bla 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 und warum die nicht so verlässlich sind. Aber ich kann für die Situation überhaupt nichts. So, einfach mal, um so ein Beispiel gebracht zu haben. Ich habe das aber natürlich auch im privaten Kontext sehr, sehr häufig. Habe ich auch immer noch. Also ich ertappe mich einfach sehr oft dabei, dass ich mich entschuldige dafür, wenn ich zu lange rede, zum Beispiel. Vielleicht erinnern sich einige Menschen noch hier. Also ich glaube, wir sind schon sehr lange hier und hören zu. Vielleicht erinnern sich noch ein paar von euch, dass als ich die ersten längeren Folgen gemacht habe, so 40 Minuten plus, also Solo-Folgen, dass ich mich am Ende der Folge entschuldigt habe, dass ich so lange gesprochen habe. Ganz oft, ganz oft. Ich müsste jetzt, ich könnte jetzt Beispiele raussuchen, wo das so war, dass ich am Ende gesagt habe, oh Leute, es tut mir leid, dass das so lang geworden ist. Ich habe auch eine Zeit lang bei Sprachnachrichten, wenn ich mit Freundinnen und Freunden mich mit Sprachnachrichten austausche. Ich bin so eine Sprachnachrichten-Queen. Ich weiß, dass das viele Leute auch gar nicht abkönnen, aber ich liebe das. Und ich habe mich auch eine Zeit lang auch privat mit Freundinnen, vor allem mit Freundinnen, aber auch mit Freunden, habe ich mich entschuldigt, wenn ich so lange gesprochen habe. Am Ende so, nach einer elf Minuten Sprachnachricht, habe ich gesagt, boah, sorry, dass ich so lange geredet habe. Und das ist ein Sorry, was da überhaupt nicht hingehört. Denn ich habe nicht die Verantwortung, ob das für die andere Person zu lang ist. Die andere Person könnte mir mitteilen, ey Saskia, wäre cool, wenn du mir nicht so lange Sprachnachrichten schickst, weil das nervt mich. Dann kann ich sagen, oh, okay, tut mir leid, kommt nicht wieder vor. So. Aber wenn ich mich quasi schon vorausschauend instant entschuldige dafür, dass es zu lang war, dann ist das bei mir ein System gewesen, wo ich ganz oft als Jugendliche, vor allem als Kind gehört habe, labere nicht so viel. Da kommt das auch bei mir her. Also sei nicht so laut, nimm nicht so viel Raum ein, spiel dich nicht so auf, also pack dich nicht so in den Vordergrund. So. Und jetzt bin ich erwachsen, schon ein bisschen länger erwachsen und jetzt bin ich selbstständig, also teilselbstständig. Ich habe jetzt ja auch eine halbe Stelle, aber ich bin teilselbstständig. Das heißt, ein Teil meiner Arbeitszeit geht dafür drauf, dass ich Marketing mache, dass ich mich präsentiere, dass ich sichtbar bin, um meine Produkte dazu, also dazu bieten, um zu zeigen, was ich so mache, meine Konzerte zu bewerben, meine CD, mein Buch etc. pp., auf Workshops mich zu präsentieren, Networking zu machen. Und wisst ihr, was man da braucht? All das, was ich gerade eben aufgezählt habe. Also um da gesehen zu werden, um da sichtbar zu sein, da darf ich laut sein. Da darf ich meine Meinung sagen. Es kann natürlich sein, dass irgendwelche Leute davon getriggert sind, dass eine junge Frau ihnen sagt, wie es läuft, wie es läuft, wie es läuft. Aber ich glaube, ich weiß, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also diese Dinge brauche ich da. Ich muss mich in den Vordergrund spielen zu einem gewissen Grad, um überhaupt sichtbar zu sein. Ich habe mein ganzes Leben als Jugendlicher, als Kind gehört, ich solle nicht so viel Raum einnehmen. Und jetzt entschuldige ich mich dafür, wenn ich dann mal Raum einnehme, weil ich ja gelernt habe, dass ich das nicht machen soll. Was übrigens meine männlichen Schulkollegen in der Grundschule nicht gehört haben. Das kann ich auch noch bestätigen, weil ich da sehr, sehr viele Situationen hatte. Ja, wo wir Mädels die Klappe halten sollten und immer das brave Mädchen sein sollten, das liebe Mädchen. Die nervigen Jungs sind dann neben die Mädels gesetzt worden, damit sie sich zusammenreißen, was natürlich nicht funktioniert hat. Überraschung. Und wenn die Jungs gerauft haben und sich gestritten haben und so und Raum eingenommen haben, dann war das, naja, die Jungs, die müssen sich halt auch mal austoben. Ja, die müssen auch noch ein bisschen lernen, ihre Impulse zu kontrollieren. Und wenn das mal ein Mädel gemacht hat, dann war das Geschrei sehr groß. Von weiblichen Lehrerinnen, wohlbemerkt. Das war also in der Grundschule bei mir. Das habe ich sehr viel auch schon für mich aufgearbeitet. Ja, so dieses Ding, ich durfte keine Fehler machen. Ich durfte sozial keine Fehler machen, vor allem. Ich musste brav und lieb und schön leise und hinsetzen, Fresse halten, nicht zu emotional sein, etc. pp. Und das geht ja nicht nur mir so. Also ich bin ja nicht die einzige Frau, die mit 30 auf den Trichter kommt, dass das eventuell, eventuell ein gesellschaftlich strukturelles Thema ist. Und deswegen sind diese zwei Bücher so gut übrigens. Ich kann die wirklich sehr empfehlen. Auch an alle Männer, die hier zuhören. Ich kann es sehr empfehlen, diese Bücher zu lesen. Ich freue mich immer, wenn verbündete Männer, so muss ich es vielleicht sagen, die mir nicht erklären, dass es ja eigentlich kein Problem mehr gibt mit Gleichberechtigung und ich solle mich nicht so anstellen, sondern wirklich verbündete Männer, auch einige meiner Freunde natürlich, sich mit solchen Büchern beschäftigen und mich dann angucken, nachdem sie es gelesen haben und sagen, fuck, das ist mir nie bewusst gewesen. Natürlich nicht. Du bist ja auch von dieser Art der Diskriminierung nicht betroffen. So, und dieses ständige Entschuldigen. Ich weiß, ich bin nicht alleine damit, deswegen wollte ich das hier mal anführen. Dieses ständige Entschuldigen, dieses ständige verantwortlich fühlen für andere, die Verantwortung von anderen erwachsenen Menschen zu übernehmen, die eigentlich sich um sie sich selber zu kümmern haben und um ihre Bedürfnisse sich zu kümmern haben und ich nicht dafür verantwortlich bin, dass es denen gut geht und ich mich dann entschuldige, wenn es denen nicht gut geht. Ja, ich bin es leid. Ich bin diese ständige Entschuldigen so leid. Und als ich diese zwei Bücher jetzt gelesen und gehört habe, ich irgendwann da gesessen und habe gedacht, es reicht. Es reicht mir jetzt. Es reicht mir jetzt, dass ich mich dafür entschuldige, dass ich existiere, dass ich da bin, dass ich das übrigens auch jetzt im beruflichen Kontext auch auf Social Media. Ich meine, ihr kriegt das natürlich nicht so mit, was da so abgeht. Es gibt auch Phasen, wo es mal ruhiger ist, aber es gibt natürlich auch Phasen, wo ich da gerade so vor zwei, drei Jahren war das nochmal richtig heftig. Er wurde nicht so hart gemansplained auf Social Media. Also nicht in Kommentarspalten, sondern wirklich so Direktnachrichten oder E-Mails. Ich habe zum Teil E-Mails bekommen, da würden euch die Haare ausfallen, wenn ihr das lest. Weil mir dann von vor allem männlichen Kollegen, habe das auch von weiblichen erlebt, aber vor allem von männlichen Kollegen oder von männlichen Menschen, also von Männern, erklärt bekommen habe, wie ich das zu machen habe oder wie ich das nicht zu machen habe. Also sowohl auf Social Media, nach Postings oder nach Storys, wo mir auf Storys reagiert wurde, wo mir dann erklärt wurde, wie ich meinen Job zu machen habe. Und vielleicht, deswegen, ich finde diesen Buchtitel von Tara so gut. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr dann zum Beispiel eine Situation habt, dass euch jemand eine Rückmeldung gibt, vielleicht sogar so eine Art von Kritik, wo man sich so denkt, who the fuck are you? Ja, wer denkst du, dass du bist? Und dann kommt aus uns raus, sorry, aber. Also, ich entschuldige mich. Ich weiß zwar nicht in dem Moment, wofür genau, aber ich entschuldige mich, um dann darauf zu reagieren. Sorry, aber ich sehe das anders. Wieso, in Gottes Namen, entschuldige ich mich dafür, dass ich etwa eine andere Meinung habe an der Position, äh, in dieser Situation, eine andere Position habe als die andere Person. Wieso entschuldige ich mich dafür? Oder, ähm, sorry, ich will ja nicht nerven, aber. Wieso? Wie viele Menschen kennt ihr, denen scheißegal ist, dass die anderen Leuten auf den Keks gehen mit bestimmten Sachen? Ich nehme da auch immer so das Beispiel von Marken zum Beispiel, ne? Größere Marken, aber auch kleinere Unternehmen, die scheißen da drauf, ob sie euch auf den Sack gehen und auf die Eierstöcke damit, dass sie Werbung schalten und Werbung machen und immer wieder mit einem Newsletter um die Ecke kommen, wo man sich irgendwann denkt, oh, ich kann es nicht mehr sehen. Und ich, ich habe eine Zeit lang in Newslettern mich entweder dafür entschuldigt, dass ich so lange nicht geschrieben habe, oder ich habe mich dafür entschuldigt, dass jetzt ein zweiter Newsletter innerhalb von einer Woche kommt. What the fuck? Also, ich weiß, ich springe gerade so ein bisschen in den Topics, aber vielleicht versteht ihr, worauf ich da im Kern hinaus möchte. Von Tara kam auch so ein Teil im Buch davon und das fand ich sehr, sehr stark, dass sie darüber geschrieben hat. Es entkräftet ja auch irgendwann die Entschuldigung, die wirklich auch so gemeint ist. Also wie gesagt, wenn ich in einer Konfliktsituation bin und mir sagt eine Person, dass ich sie verletzt habe mit einer Aussage, dann entschuldige ich mich dafür. Ich bin keine Person, die dann anfängt zu diskutieren. Ja, aber nur weil du das jetzt so siehst, ne, habe ich auch schon erlebt, ne, Gaslighting dann, dass ich dann, dass ich dann sage, du bist gerade über meine Grenze drüber gegangen und dann schon fast die andere Person dann sagt, es tut mir leid oder, ne, sorry, das wollte ich nicht, dass du dich so fühlst. Das ist ein Gaslighting. Also dieses, ich wollte nicht, dass du dich so, ne, sorry, ich muss das anders, sorry, da ist es schon wieder. Ne, ich muss das anders formulieren. Wenn dann sowas kommt wie, ja, sorry, kann ich ja nichts dafür, dass du das jetzt so empfindest. Also das quasi, dass das weggenommen wird, dass ich sage, hey, du hast mich verletzt mit dieser Aussage und die andere Person sich quasi aus der Affäre zieht, aus der Verantwortung zieht und sagt, ja, kann ich ja nichts dafür, wenn du das so empfindest. Du bist halt so empfindlich, ich schwinke halt so mit, ne, sei mal nicht so sensibel. Und die Entschuldigung ist keine Entschuldigung. Das ist ein, das ist so eine Floskel. Und ich habe den Impuls für euch, also die kleine Impulsaufgabe, die nehmen die auch selber mit übrigens bis zur nächsten Folge. Achtet mal darauf, wie oft ihr das Wort sorry sagt, es tut mir leid oder Entschuldigung. Also diese Kurzfloskeln. Also tut mir leid, sorry, Entschuldigung. Auch so dieses, wenn ich an irgendwen vorbei möchte oder so, ne, solche Situationen. Da ist das ja, da ist das ja irgendwo in Ordnung, dass man das, ne, man kennt das, Entschuldigen Sie, dürfte ich da mal vorbeikommen oder dürfte ich da mal vorbeigehen an der Kasse im Rewe oder so. Wieso entschuldige ich mich, dass ich da vorbeigehen möchte? Ich kann doch einfach sagen, dürfte ich da mal vorbei? Könnten Sie bitte kurz Platz machen? Das wäre eine völlig andere, ist eine völlig andere Formulierung und auch eine völlig andere Intention als entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, ich möchte Raum einnehmen. Entschuldigen Sie, dass ich da bin. Entschuldigen Sie, dass ich hier jetzt Platz haben möchte. Ich weiß, es ist eine Nuance, aber es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich sage Entschuldigung, dass ich da bin. Entschuldigung, dass ich Platz einnehme im Subtext oder ob ich um Platz bitte, dass ich sage, könnten Sie bitte kurz zur Seite gehen? Und diese Nuancen, das hat mich in diesen Büchern echt umgehauen. Es ging natürlich um noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber vielleicht könnt ihr euch da mal reinfühlen und wie gesagt, mal darauf achten. Also gerade einfach mal im Alltag darauf achten, wie oft sagt ihr diese Wörtchen, diese kleinen Entschuldigungsfloskeln und sich dann die Frage zu stellen, warum? Auch zum Beispiel in meiner Partnerschaft. Ich weiß nicht, wie oft ich, bevor ich darauf geachtet habe, mich entschuldigt habe, wenn ich was vergessen habe. Ganz, ganz alltägliche Situation werdet ihr kennen. Man geht einkaufen und man hat eine Sache vergessen. Kennt jeder. Ich glaube, jede Person da draußen kennt das, dass man irgendwie sich eine Liste gemacht hat auch und man hat vielleicht zwischen bei der Liste vergessen, das aufzuschreiben, dass man Haferflocken mitbringen wollte. Und dann geht man einkaufen, kommt nach Hause, räumt so aus und dann sagt der Partner oder die Partnerin oder die Mitbewohnerin, Mitbewohner, whatever so, hey, wo sind die Haferflocken? Und dann sagt man, boah, scheiße, tut mir leid, das habe ich voll vergessen. Leute, ich weiß nicht, wie oft ich das in den letzten, in dem letzten Jahrzehnt zu meinem Partner gesagt habe, wenn ich irgendwas beim Einkaufen vergessen habe, wenn ich vergessen habe, was zu machen, was ich eigentlich noch machen wollte, so im Haushalt oder so. Und natürlich kann man sich entschuldigen dafür, dass man was vergessen hat. Ich rede auch nicht davon, dass man sich nicht entschuldigen sollte, wenn man was vergessen hat, versteht ihr? Oder wenn man mal zu spät kommt, dass man dann sagt, hey, es tut mir leid. Der Punkt ist nicht, dass das so ist, sondern dass ich mich unfassbar schuldig fühle dann, dass ich dann denke, boah, scheiße, ich habe die Haferflocken vergessen. Und in mir, in meinem System ist das so, Horror, ich habe was vergessen. Die Person hat mich um was gebeten und ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen zu machen oder ich habe es vergessen mitzubringen. Obwohl dann mein Partner sowas sagt wie, hä, ist doch nicht so schlimm. Also mal abgesehen davon, dass dann einer von uns beiden, wenn es wichtig ist, nochmal zum Einkaufen geht. Oder wenn es nicht so wichtig ist zu sagen, dann kauf es halt beim nächsten Mal mit. Also, ne, so. Ist doch nicht so schlimm. Aber es fühlt sich für mich schlimm an. Also es ist nicht mehr so krass, aber es war mal so. Und genau das Gleiche eben, wenn es darum geht, wenn ich, wenn ich, wenn es mir mal nicht so gut geht und ich eine Freundin anrufe, mache ich heute nicht mehr so, aber habe ich früher gemacht. Dann habe ich mich irgendwie, da war ich fertig, habe mich ausgeheult, war total und habe so ein bisschen in Anführungsstrichen so in diesem Jammer-System gegangen. So, das ist alles scheiße. Und dann habe ich ganz oft am Ende von so einem Gespräch gesagt, boah, tut mir leid, dass ich dich so voll geheult habe. Ja, meine beste Freundin, ich liebe sie sehr dafür, war dann immer so, ja, aber das, dafür musst du dich doch nicht entschuldigen. Ich bin doch für dich da. So. Und so habe ich so allmählich rausbekommen, an welchen Stellen ich mich für Dinge entschuldige, für die ich mich a, nicht entschuldigen muss oder b, wo ich überhaupt nicht für verantwortlich bin. Zum Beispiel für die Grenzen von anderen. Also wenn ich jemanden in Anführungsstrichen voll labere, voll heule, muss ich mich nicht vorsorglich erstmal entschuldigen, sondern dann kann die Person irgendwann sagen, hey du, ich habe gerade, ich habe gerade keine Kapazität mehr dafür. Können wir das wann anders fortführen oder können wir eine Pause machen oder was auch immer. Oder du, mir waren die Sprachnachrichten zu lang. Dann kann ich sagen, hey, tut mir leid. Aber ich habe mich ja immer schon entschuldigt, bevor ich wusste, ob das für die Person ein Problem war. Und dasselbe habe ich im beruflichen Kontext, also im Studium, aber jetzt auch im beruflichen Kontext nochmal sehr krass beobachtet. Also gerade, wenn es um das Thema Fehler geht natürlich, wenn es um das Thema Verantwortung geht. Und was ich sehr häufig erlebt habe, könnt ihr mir ja auch gerne mal schreiben, wenn ihr mit mir sowieso vielleicht auf Social Media in Kontakt seid, wie ihr das so wahrnehmt, was ich unfassbar oft erlebt habe, waren Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche, die sich schon fast zuckend entschuldigt haben, wenn sie was falsch gemacht haben. Also so zusammengeschreckt sind und sagen, oh, tut mir leid, dass sie sich verspielt haben. Wo ich da saß und von außen mal gedacht habe, wieso entschuldigst du dich denn dafür, dass du was falsch gemacht hast? Und im Nachhinein, als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dachte ich, ja gut, habe ich halt auch zwei Jahrzehnte lang gemacht, mich zu entschuldigen, wenn ich mich verspiele, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich mal rausfliege, whatever it is. Und ich möchte auch da einfach mal die These in den Raum stellen oder die Frage in den Raum stellen, warum machen wir das und muss das sein? Auch unter Profis, muss das sein, dass ich mich entschuldige dafür, dass ich mich verspiele? Oder ist es nicht vielleicht so, dass Fehler ja eigentlich die Voraussetzungen dafür sind zu lernen und wir durch Fehler lernen und dann lernen, ah, ich mache es beim nächsten Mal anders, da muss ich mich doch nicht entschuldigen, für mich mich doch nicht schuldig fühlen, wenn ich was falsch mache oder schäme. Und Schuld und Scham sind zwei unterschiedliche Gefühle, die hängen aber oft zusammen und die sind sehr niedrig frequentiert. Also es sind sehr, sehr, also sehr, wenn man sich die Skala von Emotionen anguckt, von ihrer energetischen Frequenz, dann sind Scham und Schuld ganz unten. Ganz, ganz unten. Und das sind sehr unangenehme Gefühle. Wir schämen uns nicht gerne. Also Scham ist sowieso das, was wirklich, das ist eins der schlimmsten Gefühle, gerade für Kinder auch. Und bei Erwachsenen ist es aus der Kindheit oft heraus, dieses peinlich, etwas peinlich finden oder sich schämen und schuldig fühlen. Und glaubt mir, Leute, ich habe mich für so unfassbar viele Dinge schuldig gefühlt und verantwortlich gefühlt. An der Stelle finde ich auch das Wort Verantwortung wesentlich angenehmer zu nutzen als schuldig. Ja, ich komme in die Verantwortung für Dinge, für die ich wirklich auch verantwortlich bin. Das sollten übrigens viel mehr Menschen tun, zum Beispiel sich um sich selbst zu kümmern und in die Eigenverantwortung zu gehen. Aber auch in Situationen, wo sie Verantwortung übernehmen müssen, weil zum Beispiel Kinder, Jugendliche im Spiel sind, die da noch nicht für sich selbst verantwortlich sein können, dass sie dann auch die Verantwortung übernehmen und sie nicht von sich wegschieben und sie auf die Kinder wieder abwälzen, weil das können die noch nicht. Oder auch Eltern bei ihren Kindern. Ja, so ist ganz oft auch völlig unbewusst. Also nicht, weil man das mit Absicht macht, sondern das passiert dann. Dann wird die Verantwortung plötzlich wieder ans Kind abgewälzt, obwohl das das noch gar nicht halten kann. Und bei Kindern entsteht dann halt oft dieses Schuldgefühl. Ich bin schuld, dass Mama und Papa nicht gut geht. Oder ich bin schuld, dass diese Situation jetzt eskaliert, obwohl die Situation aus einem völlig anderen Grund eskaliert ist. Und das Kind bezieht das auf sich. Und das nehmen wir mit ins erwachsene Alter, wenn wir das nicht auflösen irgendwann, wenn wir das nicht in der Therapie oder in einem Coaching oder in irgendeiner Form der inneren Arbeit, der inneren Reflexion merken, ah, okay, Moment, ich fühle mich schuldig in Situationen wie, wo kommt denn das her? Warum entschuldige ich mich dann? Und das würde ich gerne mitgeben. Also vielleicht konnte ich die eine oder andere Person hier so ein bisschen zum Nachdenken anregen, auch wirklich zu sich selbst, auf sich selbst zu achten, aber auch aufs Umfeld. Also wenn ihr unterrichtet, achtet mal darauf, ob eure Schülerinnen und Schüler sich entschuldigen, wenn sie einen Fehler machen. Oder euer privates Umfeld, wie da mit diesem Wort Entschuldigung, sorry, tut mir leid, umgeworfen wird. Also das ist so inflationär, wird das so verwendet und das verwässert tatsächlich dann die Entschuldigung, die dann auch wirklich notwendig ist, wenn man Scheiße baut, wenn man jemandem zu nahe tritt, wenn man jemandem die Grenze überrennt. Und ich habe ja auch ganz, ganz oft Menschen gar nicht gesagt, dass sie meine Grenzen überschritten haben. Ich habe es ja selber nicht gemerkt, ja. Und jetzt auch noch zum Abschluss eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Das Thema Vergebung, das Thema Selbstvergeben, also sich selbst vergeben. Nicht sich bei sich selbst entschuldigen, sondern eine Entschuldigung, da steckt halt das Wort Schuld auch drin, sondern vergeben kann ich eine Person auch, wenn sie nicht mehr da ist. Also ich kann meinen Großeltern Dinge vergeben, die mich verletzt haben, obwohl sie nicht mehr hier sind, um mit ihnen zu sprechen. Ich kann eine Person vergeben, mit der ich keinen Kontakt mehr habe und auch keinen Kontakt mehr brauche. Ich kann mir selbst vergeben, dass ich Dinge getan oder Dinge gesagt habe zu anderen oder zu mir oder wie ich bestimmte Handlungen vollzogen habe. Also Vergebung ist eine völlig andere Nummer, als sich zu entschuldigen. Entschuldigen, wie gesagt, steckt halt drin, ich entschuldige mich, ich möchte die Schuld quasi von mir weg, weg haben. So dieses ich entschuldige mich bei einer anderen Person. Da gibt es ein unfassbar gutes Kapitel zu bei Tara, wo es auch darum geht, dass eine Person die Entschuldigung nicht annimmt, weil eine Entschuldigung muss ich nicht annehmen. Also ich bin nicht verpflichtet, eine Entschuldigung anzunehmen, wenn es jetzt um größere Konflikte geht. Ich kann auch sagen, nein, ich entschuldige das nicht. Also hochspannend, wie gesagt, beide Bücher kann ich sehr empfehlen. Sorry not sorry und sorry aber. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr jetzt so sagt nach dieser Folge. Ihr dürft mir sehr, sehr gerne schreiben. Übrigens, ganz wichtig, seit Neuestem, ich habe es auch erst vor kurzem gesehen, kann man bei Spotify kommentieren. Das hat jetzt sehr lange gedauert, dass Spotify das gemacht hat. Ich glaube, auf den anderen Plattformen geht es noch nicht. Ich habe aber auch nicht auf jeder Podcast-Plattform ein Auge darauf. Bei YouTube könnte man natürlich auch kommentieren. Das weiß ich. Da bin ich auch sehr dahinter. Bei Spotify muss ich halt jetzt auch regelmäßig gucken, ob da Kommentare drunter sind. Aber ich möchte hiermit natürlich auch dazu aufrufen, ihr dürft natürlich auch auf Spotify kommentieren, wenn ihr auf Spotify hier zuhört. Wenn ihr mit mir direkt in Kontakt treten wollt, dann immer gern per Mail oder per Instagram. Das ist eigentlich am einfachsten, aber ihr dürft natürlich gerne kommentieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr, egal auf welcher Plattform ihr gerade zuhört, mir eine Bewertung da lasst, wenn ihr das da könnt. Einen Daumen hoch gebt bei YouTube. Wie gesagt, einen Kommentar schreibt. Mich abonniert da, wo ihr hört. Genau, das würde mir einfach sehr helfen. Ihr dürft gerne den Podcast teilen. Ihr dürft einzelne Folgen teilen, wenn ihr das Gefühl habt, ey, das könnte irgendwie einer Freundin, einem Freund, Geschwistern, was auch immer, Eltern gut tun, das mal zu hören. Freue ich mich auch, wenn ihr das einfach so teilt oder wenn ihr auch auf Instagram mal meine Beiträge teilt. Wenn ich zum Beispiel zu Folgen irgendwie ein Reel mache oder einen Beitrag, das hilft mir einfach enorm in der Sichtbarkeit. Denn ich habe nicht die Absicht, da jetzt fett Werbe-Ads zu schalten auf den sozialen Medien. Das heißt, meine Reichweite ist einfach noch nicht sehr groß. Obwohl ich weiß, dass sehr viele Leute meinen Podcast hören, das sehe ich nämlich an den Zahlen. Und das steht nicht in Relation zu meiner Follower-Zahl auf sozialen Medien. Das ist tatsächlich echt krass. Also ich freue mich über eine Bewertung. Ich freue mich über eine Rückmeldung, über Feedback. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, macht das sehr, sehr gerne. Wir hören uns kommende Woche. Auf jeden Fall. Jetzt ab September kommt wieder jede Woche ein Podcast. Und ganz, 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 ganz bald feiert mein Blog Fünfjähriges. Das ist so krass. Ich freue mich. Also ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns nächsten Montag auf jeden Fall. Und ja, ich kann die Bücher sehr empfehlen. Lest da mal rein oder hört mal da rein, wenn ihr Hörbücher hört. Bis nächsten Montag. Bis dann.